Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Minigames mit Pixelspaß, mit Shabby und mit... Nancy! Hallo! Du hast dann hier auch leuchtende... Du hast noch so leuchtende Blöcke, wenn du da drauf bekommst, dann bekommst du irgend so einen Boost oder... ...eine andere Sache. Alles klar. Das ist doch schwierig! Die Map kenne ich noch gar nicht. Ich bin abgestürzt. Bleib bei mir. Bleib bei dir, wa? Ja. Kann man da auch instant runterspringen in eine Wasserloch? Oh mein Gott. Nee, das gibt's glaube ich nicht. Gerade. Da ist die Anne. Hallo Anne. Hiiii! Na du! Oh Mist, ich wollte dich runterschloppen gerade. Au! Mann, es geht schon wieder los. Ich glaube, es geht schon wieder los. Nein, ich bin runtergefallen. Das kann sein... ...dass man so... ...total den Halt verlieren. Ach so, da unten. Boah, ernsthaft? Ich raste aus. Ich hab dich echt das beste Spiel ausgesucht. Ne? Das ist... Wir haben extra Nancy's Lieblingsspiel nämlich rausgesucht. Muss ich mich kurz spielen. Ich bin unten. Bin gestorben. Ich bin unten. Ja. Ich war auch schon dreimal unten, aber das hatte ich überhaupt nicht... Das war überhaupt nicht so und... Naja. Das klappt mich gerade ganz gut. Mal sehen, wie lang noch. Ja. Ach, da unten leuchten so Blöcke. Okay. Ja, und wenn du auf diese leuchtenden Blöcke kommst, äh... Heile ich mich nicht mehr, oder wie ist das? Doch. Ganz lange. Ein bisschen heizt du dich. Ach, Mann. Jochen ist ja mal eins aufgefallen. Es ist noch keiner ganz unten. Jaja. Die Zeit läuft irgendwann ab, ne? Ja. Oder wenn der erste unten ist. Ich hab Wut. Jetzt reicht's. Och, Mann. Ich fall hier gerade immer so ganz dämlich runter. Ja. Jetzt bin ich auf dem blöden Block. Jetzt geht's schlecht weiter. Was? Ach so. Plus 92 Coins. Ach grad, was war denn das jetzt, aber... So ein Typ? Nein! So ein Typ. So ein Typ. So ein Typ. So ein Typ. Das... Äh... Ich wurde grad hochgeschleudert. Dann hatte ich jemand gekloppt, kann das sein? Nee, ich bin auf dem Block und dann kam so ein komisches Enter-Geräusch und hab mich hochgeschleudert. Ach komm, Tim! Bravo, Tim! Der cheatet doch, der... Läscherlich! Der cheatet doch, der blöde Tim. Ich schreib noch nicht, läscherlich. Ich schreib noch nicht, ich schreib noch nicht in Caps. Nochmal. Ah, ah, ah. Machen wir noch ne Runde, oder? Das war jetzt ein bisschen kurz. Bayern. Das sind drei Runden, oder so. Ach, das sind drei Runden, okay. Das für ne... Als Deutscher so ne Frage zu stellen ist ja schon lächerlich. Auch wenn ich Dortmund spielen würde, ich bin kein Dortmund-Fan, aber ich wär trotzdem für Dortmund. Weil's ne deutsche Mannschaft ist. Weißt du? Hm. Hab ich irgendwas nicht mitgekriegt, oder so? Was ist... Nancy kommt aus Sachsen, darum äh... Hä? Ne, wer spielt oder was? Bayern, ja, ja. Achso. Geil, hier haben sich gerade zwei eliminiert. Dankeschön. Lucky Regeneration. Really? Das wird so geil, ne? Button. Nein! Wenn's Lucky was bekommen, das ist gut. Wenn's sich zwei eliminieren. Natürlich. Ja. Oh, warum? Weil ich... Weil ich mittendrin war, ne? Okay, schade. Ich hab's gerade gesehen, es gibt hier echt lange Strecken, wo man runtergehen kann. Äh, ohne... Äh... Oha. Oh mein Gott. Nein! Jetzt bin ich auf so'n Unlucky-Block gekommen. Muss die Frau... Anne, guck mal, wer links stecken, der steht. Nach rechts. Äh, rechts rumdrehen. Einmal im Kreis. Na ja, jetzt guckt grad das. Hey. Hallo. Ich sag links, und was macht Anne, die kritisch rechts rum? Anne. Ja? Das sind links, rechts, ne? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö gehauen hey die energy wenn ich den erwische den schnappst dann geht es ihm aber schlecht ich fand bis zum boden fast bis zum boden gefallen ja aber noch ein herz gehabt scheiße verdammt gegen dreck springst du mal als erstes damit ich weiß ob ich das ja ich muss mal eben gucken wie ihr spielt zusammen ich bin so weit unten vorhin gewesen dann bin ich doch so ein unlucky block nach oben geschleudert wurde ich war gar nicht mal so schlecht gerade schreibt zu schnell und kann ich doch nichts dafür was denn da los bin normal vom schnellen wo werden die sich oder weil man zu schnell schreibt kannst du nur das war ein schlechter blockiert nein wie jetzt ich darf geschlagen werden weil du können aber auf der stirn hast den hassloch habe ich runtergeworfen aber gerechten denn sie danke scheiße jetzt bin ich runter das ist scheiße warum sind denn hier wolken plötzlich ich gehe jetzt woanders lang sonst wirst du mich noch mal runter doch der will mich anfassen mama ich glaube der hat mich angefasst weil er dich denn angefasst am ohr das war unheimlich ich glaube die gespräche werden langsam unheimlich aber guck mal das wird ja eh niemand sehen so keiner wird das groß sehen wie ich mich zum affen macht weil ich ein spiel spiel was ich eigentlich nicht kann weil jump in one ist einfach ist ohne wache nein ich halte der kuchen einen nicht aber ich dachte der kuchen heil eigentlich das schlimme ist noch da steht man ist auf rebis rotze ausgerutscht super ganz doll weil die schon immer was ich nicht verstehe jetzt ich nehme immer schaden egal wie niedrig das ist das war zwei blöcke das ist ja ab drei blöcken das ist ganz normale minecraft rechte sechs zwei blöcke gehen drei blöcke gibt schaden nein hat mich getötet und ich habe mich da so schön vorgearbeitet fresh freshheit ich ne freshheit von ihm verpiss dich du blöder blöder wie heißt er und jetzt bin ich wieder tot hier sind die acht drüllen nachrichten und das deutsche tageswanzer heute sehen sie an der beim ragen ja mit facecam sogar mit facecam dann schaut alle mal vorne vorbei und anna ist schon wieder angefasst worden am ohr ich bin unten leute nein ich bin nur noch 18 blöcke 18 ein privates battle mit diesem blöden typen geführt das war's oder ja ja die motivation ja leute endlich fand ich den scheiße man es gibt hier shop das sehe ich jetzt erst es gibt hier einen shop diamant rüstung eisen rüstung das ist ja interessant naja gut egal also leute bis zur nächsten folge schaut bei den anderen vorbei wenn es euch gefallen hat das gerne ein die aufgelistet